Willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play! Und zwar dieses Mal geht es direkt um den Login-Bildschirm von SimCity. Wunderbar, schön aufgebaut. Hier können wir uns direkt auf die Seite hin verbinden, so gesehen von Maxis selber. Und auch hier unser schöner Counter der Wartezeit. Sehr schön aufgemacht. Wir müssten jetzt eigentlich noch 18 Minuten warten und 30 Sekunden. Darauf habe ich aber jetzt keinen Bock. Also sage ich einfach Server auswählen und ich suche mir einen ganz anderen Server aus. Scheiße, das war wohl nix. Ich würde sagen, ich nehme jetzt doch Europa-West 1, da wo ich eigentlich hin wollte. Und würde sagen, danke fürs Zusehen. Ich warte jetzt nochmal 6 Stunden weiter, bis ich irgendwann mal auf den Server kommen werde. Und vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Sucht-Let's Play von SimCity 5 wieder. Insofern wir irgendwann mal auf den Server kommen. Danke fürs Zusehen und bis bald.